Traumberuf Technik Mein Name ist Raphael Eichhorn und ich habe vorher an der AHS in Zwettl die Matura absolviert. Kannst du dich erinnern, was dein erster Berufswunsch war? Mein erster Berufswunsch war eigentlich ziemlich lustig, war Erfinder, vielleicht sogar ein bisschen naiv, aber jetzt wird es vielleicht schon langsam Wirklichkeit. Welches Studium absolvierst du gerade an der FVU Österreich? Zurzeit studiere ich Maschinenbau am Campus Wels und bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Warum hast du dich für genau dieses Studium entschieden? Die Wahl für dieses Studium ist eigentlich durch das Gymnasium geebnet worden, durch ein Karrierecoaching. Dadurch bin ich auf die FVU Österreich aufmerksam geworden. Dann habe ich den Tag der offenen Tür besucht, Gespräche mit Studierenden geführt und schlussendlich hat mich das Angebot an der FV überzeugt. AHS und dann ein Technikstudium, ist das kein Problem? Naja, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es wäre von Beginn an leicht gewesen, aber dadurch, dass die Gruppendynamik im Studiengang relativ gut war, ist es dann einfacher geworden mit der Zeit. Und die Lehrveranstaltungen werden so angepasst, dass man jeden von Grund auf mitnimmt. Was waren deine bisherigen Karrierestationen? Also vor zwei Jahren habe ich zum Beispiel ein Praktikum bei einem Energieversorger gemacht. Und da habe ich die ganzen Hochspannungsleitungen kennengelernt, wie die Energie in ganz Österreich verteilt wird. Und dieses Jahr war ich zum Beispiel bei einer Firma, die Förderguttechnik herstellt. Da war ich im Projektmanagement-Team und habe da ein bisschen mithelfen dürfen. Was fasziniert dich so an Technik? Mich fasziniert an Technik, dass man mit Hilfe von mathematischen Formeln und Naturgesetzen und gewissen Vereinfachungen technische Anwendungen abbilden kann. Und das sogar hinreichend genau oder sehr genau. Das fasziniert mich daran. Und warum würdest du ein Technikstudium weiterempfehlen? Ich würde es weiterempfehlen, weil es zum Beispiel bei Maschinenbau zum Beispiel gibt es ein breites Jobangebot. Also man kann Verforschung, Entwicklung, dann kann man Konzeption, Verkauf, Vertrieb, also ist ein breites Spektrum vorhanden. Traumberuf Technik Traumberuf Technik Traumberuf Technik Traumberuf Technik Traumberuf Technik Vielen Dank.